Freunde, was geht? Euer Lieblingshund Kiro, aber ich bin, was ist hier los? Ich wollte gerade die allererste Folge Minecraft Matrix eigentlich aufnehmen, so wie wir hier die Sachen alle aufbauen und Sachen gefarmt haben und so Sachen. Aber irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin irgendwie, irgendwas fehlt. Das ist die allererste Folge, aber wieso sind hier, warte mal, ja warte mal, das habe ich gebaut? Ey, egal, Freunde. Willkommen erstmal, euer Lieblingshund Kiro, wie gesagt, hier am Start mit der allerersten Folge von Minecraft Matrix heißt das Ganze. Das haben uns Hanlik, Wuli und ich zusammengetan und genau, wollen da so was Cooles machen. Wir haben das jetzt einfach mal so genannt. Ey, Hanlik ist sogar da draußen. Wo seid ihr, Mann? Hallo. Ey, was los? Was los? Was los? Was los? Bro, ey, 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 krass, krass, krass. Irgendwas ist hier doch passiert. Ich wollte gerade, ich habe gerade den Zuschauern gesagt, ich nehme hier die erste Folge Minecraft Matrix aus, auf, aber irgendwie haben wir die Häuser jetzt schon gebaut und, äh? Hast du los? Bro, ich bin, ich bin richtig verwirrt gerade. Aber ich kann mich hier dran erinnern, wir haben das hier alles gebaut, aber warum, wie ist das, wie ist das dann die erste Folge gerade, Freunde? Ich bin wirklich verwirrt, aber... Ja, aber Kiro, bist du irgendwie lost? Ist ja auch egal. Warum, guck mal, wie oft soll ich euch eigentlich noch erzählen, wenn in meinem Haus ein Creeper explodiert, dann bitte benutzt doch das richtige Material. Digga, das war safe, Mooli, das war sowas von Mooli, Digga. Ich kann das nicht, Mann, das war du. Bro, was laberst du? Guck mal, aus was besteht dein Haus? Aus was besteht dein Haus, Digga? Ich habe mit richtig cooler Birke gebaut. Guck, guck in mein Haus, guck in mein Haus. Ja, ich sehe dein Haus, dein Haus ist O, Bro, dein Haus. Bro, ich baue, ich baue einfach nur aus Birke, Mann, was stimmt mit dir nicht? Ja, okay, das kann man dir auch nicht mehr helfen, aber aus O habe ich nichts gemacht, Mann. Also außer mein Haus. Bro, er labert so ein Müll. Ja, okay, dann baue ich es ab. Dann baue ich es ab. Was meinst du mit, wir haben die Häuser doch hier gebaut, Bro, was kriegst du? Wir haben noch gefahren, Bro. Ja, ich, guck mal, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich das ja alles eigentlich aufgenommen habe. Das war jetzt erste Folge. Du bist lost, komm, scheiß auf den. Aber, ja, plötzlich geht die erste Folge los mit, ja, wir haben schon unsere Siedlung hier gemacht. Digga, ich habe keine Ahnung, Bro. Irgendwas stimmt mit mir heute nicht. Du hast heute so viel Chicken im Kopf, kann das sein? Hängt da vielleicht eine Feder hingeschickt? Warte mal. Bro, ist das fit? Du hast so Dornverzauberung. Ja, 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 ja. Hier, Junge, chill. Bro, ey, Junge, kannst du mir mal einen Gold-Doppel geben? Ja, okay, einen. Aua, Digga. Ja, aber. Du hast mir den Kopf gestoßen, Alter. Ich glaube auch. Wuli, warum machst du aber sein Haus kaputt? Jetzt mal Re-Talk. Soll ich es abbauen? Soll ich es wieder abbauen? Jungs, habt ihr es gehört? Was? Das war doch ein Sound, Bro. Habt ihr den nicht gehört? Ihr es verarscht? Warte mal, warte mal. Wann ist so Stimmen? Wann ist so Stimmen? Ja. Als ich ganz frisch gerade die Aufnahme gestartet habe, habe ich auch zuerst so eine Stimme gehört. Wuli, hast du Soundboard oder so? Mach mal jetzt keinen Prank. Bro, Re-Talk, Re-Talk. Er macht immer solche Faxen. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Ich laber nicht. Ja, Bro, natürlich, weil du immer sowas machst. Nein. Digga, Wuli, was soll das, Mann? Jetzt hör mal auf mit diesem Soundboard. Das tut richtig, Wuli. Aber ich habe nichts gehört, Handling. Bro, trippe ich schon wieder, Mann. Bro, du bist wirklich am trippen. Warte. Jetzt habe ich auch gerade was gehört. Was hört ihr denn? Bro, hör auf damit jetzt. Was soll das denn? Ah, jetzt habe ich es auch gehört. Was ist das? Komm mit. Stimmt, was ist da? Was ist hier? Jungs, was ist hier los? Hier ist einfach ein Geheimgang. Bro, da ist ein Command-Block. Wie schlecht ist das denn, Digga? Du wolltest doch nicht cheaten in der Welt. Hä? Ja, natürlich, Digga. Hanling ist immer am Cheaten, Bro. Immer wenn er sagt, er ist der Einzige, der OP hat. Er hat ja den Server aufgesetzt. Ganz ehrlich, Mann. Aber warte, hä? Wieso sind hier Gänge mit unseren Namen, Bro? Keine Ahnung, was hast du hier gemacht? Ich habe noch nie einen Command-Block. Ihr wisst doch, ich bin der größte Minecraft-Dub. Ich habe keine Ahnung von Command-Blocken. Warum sollte ich einen Command-Blocken? Stroll nicht, Mann. Nein, Bro, das ist mein, Bro. Er ist wirklich ein bisschen zu dämlich für Command-Block 3 Talk. Kill. Ist so, Digga. Was willst du von mir? Aber jetzt, ja, jetzt, ignorier mal den Command-Block. Warum sind hier Gänge mit unseren Namen zugehörig? Mit den Holzarten unserer Häuser, Bro. Hey, Kiro, weißt du, was ich vermute? Dass du das warst. Er trollt uns nur und hat das in seinem Haus selber gemacht, nur um alles auf mich zu schieben. Ich glaube, das ist das. Safe, seit wann hast du auch überhaupt eine Netherite-Post-Platte, Bro? Lass uns jetzt in den Gang. Wir gehen jetzt in meinen Gang. Ja, du gehst vor, du gehst, du gehst vor, wenn das eine Falle ist. Du gehst vor jetzt. Geh vor. Bro, chill mal. Ey, Wettner sprengt hier gleich alles mit dir hinterher. Weil die Jungs, wir müssen mal, pass mal jetzt auf wegen Tripwire oder so. Sie hat wirklich keinen Fall, sie abgenommen. Ja, du, deswegen gehst du ja auch vor, Digga, Wudi. Der ist so am Pranken, Digga. Wir sind hier wieder bei Harlings Pranks wahrscheinlich. Folge 300. Ja, Digga. Folge 300. Wo geht das hin, Digga? Ja, wo geht es wohl hin? Das geht doch offensichtlich zu meinem Haus. Da war doch mein Schild mit... Ja, und was soll das an deinem Haus, Alter? Das kannst du ja keiner erzählen. Ja, Digga, er hat dann... Bro, du versteckst Kommandblöcke jetzt mal, real talk. Was macht der? Bro, du bist so hart am Cheaten, Digga. Das ist so peinlich, Digga. Wirklich. Warte mal, warte mal, wo sind wir denn hier überhaupt? Warte mal. Wir sind hier ja unter meinem Haus. Da, wo Wudi die Plöcke platziert hat. Ich hab die nicht platziert. Ja, natürlich hast du die platziert. Digga, dann hast du damit zu tun. Jetzt sag, sag, was... Bro, sag jetzt. Was macht denn dieser Kommandblock, Wuli? Sag mal, was macht der denn? Weil wir können nicht so oft zugreifen. Ist ja Fanny und so, Prank und so. Wuli, mach Rechtsklick, mach Rechtsklick und lese den Kommand vor, was da drin ist. Kann ich nicht. Ja, natürlich kann er das nicht. Du hast ja Admin ercheatet oder so. Ich kann es auch nicht öffnen. Ich kann es auch nicht öffnen. Ja, Bro, und warte mal, ich will jetzt mal zu meinem Gang. Kommt mit, kommt mit, ich will wissen. Bro, irgendeiner von euch rollt doch hier grad mies rein. Ey, wenn... Ich sag's dir, wenn da irgendwas... Komisch ist. Ja, ja. Es sagt Wuli. Bro, Bro... Egal. Das ist wieder so eine Wurzelticht, Bro. You talk. Bro, hier ist es übelst dunkel, Digga. Okay, das ist schon heller. Geht's hier? Bro, Bro, warte mal. Warte, ich platzier mal hier eine Fackel. Ja, ja, nimm die mal mit am besten. Ich hab mir extra voll geblieben. Ich guck grad übelst auf dem Boden, wegen Tripwires und so. Warum ist es hier hell? Ah, hier gibt's Fackeln. Oh, da ist ein Zombie. Überfall, Überfall. Überfall, Überfall. Ich hab ihn nur gehört, Junge. Der war insidate. Ey, warte mal, warte mal, Hanlink. Warte mal. Seit wann ist Wuli eigentlich full Netherite? Wir haben hier noch ein bisschen Diamanten und so. Hä? Bro, bist du... Ich hab mich schon seit... Also, das ist schon komisch. Command-Blöcke. Junge, ich hab die ganze Gäste. Grinden, Digga. Grinden, Digga, genau. Die ganze Nacht hab ich das gefahren. Ja, ja. Und so, und... Ach so. Und über diese Nacht sind wahrscheinlich auch die Command-Blöcke dann entstanden. Ne? Der zockt immer nur, der zockt immer nur. Bro, wie lang ist dieser Gang? Junge, geh doch mal endlich. Ja, nicht so schnell, Digga. Bro, chill doch. Bro, ich hab immer gesagt, ich hab den längsten. Aber ihr wollt ja nicht hören. Ja, das... Den längsten Gang, glaub ich, aber nicht. Du hast den längsten Strabel. So, ich renn jetzt einfach nicht. Ja, hör doch auf, Juggel. Das ist wieder ein Command-Block. Okay, Hanlik. Hanlik, du hast den jetzt... Du bist der Erste, der hier hingekommen ist. Du hast den platziert. Haus raus. Was laberst du denn? Du hast ihn gerade platziert, Mann. Was, wie viel Platz? Den platziert? Digga, dir geht's gar nicht gut. Voll geil. Ich platziere einfach so ein Command-Block. Bringt zwar nix, aber okay. Bro, jetzt lass mal... Lass mal bei Woolli gucken. Da ist safe auch ein Command-Block. Was, was? Warum hat der eine andere Farbe? Also, das ist ja... Das ist ja ein anderer Command-Block als der bei Hanlik. Das ist dieser, der verknüpft. Du hast doch so ein bisschen Ahnung, oder nicht? Hast du nicht so ein bisschen Ahnung von Command-Blocken? Ich hab Ahnung von Command-Blocken, aber ich hab noch nie mit dem Verknüpften gearbeitet, Bro. Und ich hab ja nicht mal Admin. Egal, lass mal bei Woolli gucken. Lass mal direkt jetzt hier. Da wird nichts sein. Ja, ja, da wird nichts sein, du Cheater. Da wird nichts sein. Warte, hier ist safe irgendwo. Warte, wir machen jetzt deinen Boden kaputt. Bauen wir doch nicht mein Haus ab. Doch. Habs, habs, hab. Was? Wie, was hast du? Bisschen lila da. Ja, ja, Woolli, du hast gar nichts damit zu tun, ne? Guck mal, der Command-Block, guck mal, der sieht sogar so aus. Full-Nether-Ride? Full-Nether-Ride? Zieh mal deine Rüstung, zieh mal deine Rüstung aus. Warum? Was soll ich überhaupt... Der hat wahrscheinlich Autobind oder so. Ne, doch nicht. Hey, hey, hey. Hallo. Ich wusste es! Ja, komm, er kriegt doch seine Sachen eh wieder. Okay. Bro, ich klau doch nicht. Ich wollte nur was testen. Lass mich doch was testen. Wo ist er jetzt? Wo ist sein Bett? Wo bist du gespawnt? Oh mein Gott. Mein Bett wurde abgebaut und jetzt bin ich hier irgendwie wieder aus Nirgendwo. Okay, ich bin ehrlich, das mit dem Bett, das mit dem Bett war ich. Das bin ich ehrlich. Das soll ich, Bro. Das ist noch kein Niemann. Aber ey, ich hab nur was getestet hier. Du kriegst dein Zeug auch wieder. Hier, guck. Hier hast du den Stick. Hier, Bonk. Achso, ja, dein Schwert. Ja, stimmt. Dein Schwert auch wieder. Ey, das war nicht. Oh, sorry. Das war dein Schwert. Das war wirklich dein Schwert. Nein, da hattest du nicht. Hattest du nicht. Das ist ein bisschen Wasser, Alter. Bro, das hat eine übelst schlechte Verzauberung. Fire Aspect 1 und Knockback 1. Ist das schlecht. Wisst ihr was? Ich hab ne Idee. Ja, aber wer ist jetzt der Cheater von euch, Digga? Wie reicht's? Nein, nein, nein. Wir machen jetzt ne Krisensitzung. Okay. Ah, dann führst du die Werkbank da? Nee. Ja, Bro. Damit dein Federarsch da drauf passt. So. Krisensitzung. Reicht jetzt hier. Aha. Wer hat das gemacht? Wer war... Also. Vorgestern... Setz dich richtig hin. Wollte ich einen Keller bauen bei mir? Setz dich richtig hin. Ah, wie stehst du? So. Vorgestern wollte ich einen Keller bei mir bauen, hatte er noch keinen Bock, weil ich faul bin und bin reingegangen und hab Fallout viel gespielt, okay? Nicht zu hitten. Hört auf jetzt hier. Ja, okay. Und da war der Command Block noch nicht unter meinem Haus. Ja, sehr coole Geschichte. Wer war gestern auf dem Server? Wooli. Ich war nicht hier. Ich hab... Du weißt, ich hab gestern nur Fallout gezockt. Ich hab gefarmt. Ich hab gefarmt. Chillt. Ich hab gefarmt. Er hat gefarmt. Warst du gestern auf dem Server? Nein, ich... Digga, hörst du auf jetzt? Ich frage mich, wer das gewesen ist. Ja, wer war... Wer war die Abend online und hat... Gegrindet. Hahnling, 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 Hahnling. Wie soll ich Operator Permissions haben? Hm? Wie? Bro, was? Opera GX oder was, Bro? Weiß ich doch nicht, was du da laberst. Halt ein Command Block. Digga, du hast hier einfach Admin... Du hast einfach Admin-Recht, der er cheated. Ganz einfach. Im normalen Survival-Mode kann man noch nicht mal in das GUI von den Command Blocks rein. Klar, aber nicht. Du hast bestimmt wieder irgendwas installiert. Du, das reicht's jetzt, gefälligst du bist zu. Der Unbekannte. Ey, yo, was ist hier los? Ja, mir reicht's jetzt langsam hier. Der reicht's jetzt auch langsam mit dir. Ja, guck mal. Digga, was redet der? Bro. Ja, aber das erklärt... Warte, warte. 3, 2, 1. Egal, das erklärt aber überhaupt nicht, wo jetzt die ganzen Stimmen hergekommen sind. Weil von mir aus hat Wuli gecheatet und so. Aber was hat das mit den Stimmen auf sich zu? Hahnling, jetzt sag doch endlich auch mal was. Ach, Mann. Du, du stinkst, Mann. Lass mich einfach in Ruhe jetzt. Bro, Digga, mir reicht's jetzt mit euch rum, Cheater, Digga, jetzt. Bro, ich geh jetzt zu diesem dämlichen, orangenen Command-Block, Digga. Bro. Guck mal, was will der hier eigentlich? Ja, ich bau den ab, Alter. Ich bau den ab. Lass uns, lass uns, lass uns, lass uns. Was macht ihr da oben? Hä, wo sind wir? Hä, wo sind wir? Warum seid ihr über mir? Was soll das? Wir sind im Himmel, Mann. Hä, was für Himmel? Warte mal. Hä, jetzt seh ich eure Textur hier. Hä? Hä? Was, wo fallen wir? Was ist hier? Ich glaub, wir fallen gar nicht. Oh mein Gott. Wer von euch ist dafür jetzt schon wieder verantwortlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind nicht im Himmel. Wir sind nicht im Himmel. Wir fallen runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das werden wir nicht überleben. Das ist kein Wasser hier, Jungs. Was ist denn hier? Ja. Ich werd langsamer. Was? Oh mein Gott. Wir haben Slowfalling bekommen. Oh mein Gott. Wer ist dafür verantwortlich? Wer? Hä? Hä, warte mal, wo sind unsere Häuser? Warte mal, hier stand mein Haus. Bro, hier war meins. Junge, Kiro, alles nur wegen dir, weil du den Command-Block angehammert hast. Ey, was wegen mir? Ey, warte mal. Bro, was? Wir haben alles verloren. Meine Items sind weg. Eure Items sind weg. Was ist jetzt hier? Die Command-Blocks sind weg. Die Command-Blocks sind weg. Bro, ihr könnt das jetzt ehrlich nicht auf mich schieben, Alter. Jungs, Jungs. Ihr habt gecheatet. Ihr habt gecheatet. Chill mal, chill mal, chill mal. Niemand hat gecheatet, Bro. Lass mal gucken, ob der... Sind die Command-Blocks noch hier? Die waren hier. Die waren hier, die waren hier, die waren hier, die waren hier, die waren hier. Die waren hier, die waren hier, die waren hier. Das muss hier gewissen sein. Nein, das war hier. Hier ist aber nichts. Hier ist nichts. Es ist alles weg. Es ist alles weg. Dann lass unter mein Haus. Lass da, wo mein Haus war, gucken. Vielleicht war das so eingeschaltet, dass das alles gelöscht hat in der Welt oder so. Irgendwie sowas. Das gibt es doch schon. Aber rein mit dir ins Loch. Digga, es ist alles weg. Wir müssen komplett von vorne anfangen. Was ist das? Mann, ich habe die Nacht umsonst gegrindet. Ja, in der Nacht umsonst gecheatet wohl eher. Ich war das nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns gecheatet hat. Das kann ja nicht sein. Ich habe so komische... Wo ich da im Schlaf war, wo wir da runtergefallen sind. Ich habe schon wieder diese komischen Sounds gehört. Und war das... Jetzt sag mal, jetzt schwört mal, war das einer von euch mit dem Soundboard? Nein. Oh, nee. Ich habe so... Diese Stimme habe ich nicht als Soundboard. Ich habe nicht mal ein Soundboard. Digga, das ist eben etwas ganz komisches hier. Wir sollten uns mal irgendwas suchen oder sowas. Wer weiß, was in dieser Welt hier... Wer weiß, was jetzt für Monster spawnen... Bro, lass mal hier wieder anfangen oder so. Wir müssen von vorne begeben. Erstmal wieder Holz sammeln. Richtig geil. Man steintunst. Bro, wir hatten schon Netherite. Das macht gar keinen Bock. Was ist? Wenn wirklich alles gelöscht wurde, dann sollten wir doch auch gleich bei Stein neue Achievements bekommen, oder? Ich habe gerade schon neue Achievements bekommen bei Alls Pro. Ja, diese Tutorial ist halt rechts oben. Digga, es ist komplett gelöscht, aber dieselbe Welt. Oh ja, ich auch. Danke, Wuli. Ehrlich, danke. Äh, was? Was? Ich glaube nicht, dass es Wuli war, Mann. Er hat keine OP-Rechte, you know? Ja. Er hat keine OP-Rechte. Wie soll er das machen? Eine Nacht komplett, full Netherite, full Enchantments und dann die Command-Blöcke. Aber das kann man schon machen, wenn man ein guter Minecraft-Spieler ist, you know? Das geht schon. Ja. Aber wir haben jetzt auch gar keinen Bock mehr hier zu farmen, Bro. Wir hatten so geile Items. Ey, Digga, ich will wieder ein Haus. Ja, tatsächlich. Guck mal, Stone Age. Ich krieg wieder... Ich krieg einfach... So nate. So nate. Digga. Ey, ich hatte Cover Me and Debris. So, ja, ganz toll. Ganz toll. Ja, aber Wuli, wenn du hier der Cheater bist, dann cheat uns mal eben unsere Items zurück, ne? Ja, mach mal wieder... Mann, ich hab nicht gechütet. Bro, ey, warte mal. Harnik, das ist ja dein Server. Du hast noch Backups. Zieh doch einfach wieder das Backup drauf. Stimmt. Dann haben wir doch alles wieder. Ganz einfach. Ich hab das deaktiviert, weil ich dachte, das wäre spannender, wenn wir keine Backups haben. Ist das dein Ernst? Ja, Bro. Hättest du damit recht... Boah, warte mal. Du siehst hier voll cool aus. Stellt euch mal so zur Sonne. Ich mach mal einen Screenshot. Ne, guck zur Sonne. Bro, was ist mit dir? Darum geht's gerade nicht, Mann. Guck zur Sonne, dass die Tüten... Bro, wir haben gerade alles verloren. Ihr redet über Screenshots, Alter. Ich hab trotzdem Screenshot gemacht. Ja, schön hängst du an den Nagel oder so. Es hätte ja gerne damit rechnen können, dass unsere Welt so... Ja, damit hätte auch gar keiner rechnen können, aber dass eine Datei irgendwie kaputt geht oder so, ist doch ganz normal. Wann weiß ich nicht. Ich hab einfach... Mann, keine Ahnung. Mein Gott, Digga. Ey, jetzt mach mal schnell, mach mal schnell. Es wird dunkel. Aber Jungs, hattet ihr vorhin Shader? Ja, klar. Ich spiele mal mit Shader. Bro, was ist mit dir? Ich spiele mal mit Shader. Mir fällt gerade erst auf, ich hatte vorhin... Ich hab vorhin Vanilla-Minecraft-Texturen gehabt. Und jetzt hab ich auf einmal einen Shader. Alter, die Nacht sieht so richtig gruselig aus. Ja, ist echt gruselig. Ja, okay, Shader. Cool, Bro. Ja, schön, dass du auch mal Shader benutzt hast. Gut, dass du das Command-Block hast. Zack! Wir brauchen Wolle. Wir haben jetzt noch einen Wooli. Warte, warte, warte. Hier ist noch... Hier ist noch... Also wir können auf jeden Fall ein Bett machen. Es ist zu dunkel, Mann. Ich seh gar nichts, Mann. Ich seh noch gerade... Oh mein Gott, da ist ein Baby-Zombie. Da ist ein Baby-Zombie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Schnell weg hier. Das ist einfach die größte Gefahr. Bro, mach das Haus fertig. Hast du Holz? Ja, mach fertig. Mach fertig. Mach fertig. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Lass sie draußen, lass sie draußen. Lass sie draußen. Nein, nein. Du bist dafür verantwortlich. Kass ihn doch, Junge. Er hat nichts gemacht. Ich vertraue Wolli. Ich vertraue Wolli. Danke, dann. Mach mal bitte zur Tür. Oh, oh. Arne, du stirbst gleich. Du stirbst gleich. Du stirbst gleich. Nein, Digga. Rennen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Rennen. Nein, nein. Oh. Komm rein hier. Oh mein Gott. Bro, wir hatten full Nether-Ride, beziehungsweise wir hatten Nether-Ride-Sachen. Was soll das denn jetzt? Das geht gar nicht. Monster Hunter, ja. Das war dein allererstes Monster auf dem Server. Genau, Digga. Oh Mann, ey. Weg mit dir, du Fisch. Bro. Ey. Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, was hier gerade vor sich geht. Ich habe sowas noch nie erlebt, so ein Phänomen. Ey, das ist wirklich... Oh mein Gott, da hinten ist Nether-Man. Helft mir doch mal. Helft mir doch mal. Ja, mach auf. Mach auf. Komm, komm, komm. Komm rein jetzt. Oh, Josef ist hier. Ja, Josef, es geht. Rette dich. Na. Lecker. Chicken Wings. Digga, das ist so frech. Sorry. Jetzt musst du sein. Okay, warte, warte, warte. Ich habe drei Wolle. Ja. Hä? Wuli ist weg. Bro, warum lief der? Ist er geliefert? Bro, wieso? 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 Wollen, warum ohne was zu sagen? Ja, er geht einfach. Oder ist sein Game gecrasht? Ja, warum sollte sein Game crashen? Ja, keine Ahnung. Tja, wobei. Schreib ihm mal auf Discord oder so, dass da wieder was los ist. Ja, warte. Habe ich ihn vielleicht zu sehr verhäckert, dass ich die ganze Zeit sein Erstschulde oder so? Ist er sauer auf mich? Ja, er ist offline auf Discord sogar. Hä? Vielleicht ist sein PC wirklich gecrashed. Vielleicht konnte sein PC das nicht aushalten mit dem, mit dem Shadern. Ja, re-talk. Ja, du komm mal. Re-talk. Ich sehe jetzt hier gerade keine Monstern so richtig. Mach mal ein Bett, du kannst ein Bett craften. Ja, da muss... Das ist aber schon creepy, bin ich ehrlich. Das ist schon irgendwie creepy, dass Wuli weg ist, oder? Erstens, also es passt gerade überhaupt nicht rein. Wieso sollte er jetzt gehen? Ja, das ist wirklich ein komischer Zeitpunkt einfach. Warum jetzt? Und dann ist er auch noch offline auf Discord? Ja. Bro, das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Warte mal. Oh, da ist Lava. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Dorf mit Fackeln. Das wäre jetzt schon gewesen. Leider nicht. Ja, ich kann ja mal kurz... Können wir da wieder versklaven. Ich kann ja mal kurz Dings, Dings... Bett, hast du sonst eine Wolle? Hast du Wolle? Nee, nee, ich habe keine Wolle. Leider. Ja, ich schlafe. Cool. Wenigster Spawnpoint wieder hier. Ja, erstens das. Also du müsstest mir dann den Server verlassen oder so. Soll ich den Server kurz verlassen? Ja, komm. Damit kann ich schnell den Tag machen. Bis gleich. Jo. So, jetzt kann ich kurz mal schlafen, Freunde. Ey, das ist... Ist jetzt Wuli... Also das Wuli jetzt gecrasht, oder ist er gegangen, weil er sauer ist, oder? Ich check's gerade gar nicht. Ah, da bist du ja endlich. Ich bin wieder da. Verwirklich, ich kann das glauben. Okay. Also, ich würde sagen... Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, dass wir warten, bis Wuli sich wieder meldet auf Discord. Und in der Zwischenzeit bereiten wir ja alles vor. Vielleicht kommt er auch schon in der Vorbereitungszeit wieder. Vielleicht kommt er später wieder online oder morgen. Ja, ja, ja. Aber es bleibt uns dann nichts anderes rüber hier, außer unser Haus hier fertig zu kommen. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder Ressourcen farmen. Bro, vor allem, weil es ist halt auch so ein richtig geiler Spot, dieses Haus so. Sollen wir einfach auf dem gleichen Spot nochmal bauen, oder gehst du an einen anderen Ort? Ich guck mal. Ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Haus. Das war schon ein bisschen... Also, ich mochte die Idee von unserer Siedlung, dass wir halt so dorfmäßig das so haben. Ich glaub, das sollten wir auf jeden Fall nochmal so machen, Digga. Safe. Lass uns ein Dorf machen. Safe, safe. Wie soll ich uns ein Dorf nennen? Äh, Matrixdorf. Matrixdorf. Ja, Mann! Das war ja wie abgesprochen. Ja. Das zur Hölle. Ähm... Äh! Ich war schon ein bisschen... Hä, warum? Bro, wir müssen essen. Ich bin fast verhungert. Bro, das ist mir egal. Lass mal jetzt, Bro. Das ist Beyond Meat. Das ist kein echtes Fleisch. Ja, nix Beyond Meat, Mann! Du wirst meine Hähnchen nicht anfassen! Hör auf, Bro! Ja, besser ist es. Da brauchst du auch kein Essen mehr, Mann! Was fuchtest du jetzt hier mit deinem komischen Schwert rum? Äh, ich fuchtel gleich mit meinem Schwert rum. Skidadel, Alter! Skidadel, Skidadel. Skidadel. Skidadel, Skidadel. Ja, okay, aber... So, wir können uns jetzt hier hinsetzen. Guck mal! Oh, chillig! Ja, ganz toll. Wo bleibt jetzt Wuli? Ey, Freunde! Äh, ich weiß leider nicht, was hier passiert. Wir haben jetzt einfach auf einen Schlag alles verloren. Äh, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau weiß, was eigentlich passiert ist. Weil ich habe aufgenommen und ich schwöre, ich kann mich daran erinnern, wir haben aufgenommen, wie wir auf dieser Welt angefangen haben. Wir haben diesen Spot ausgewählt und dann haben wir das alles hier aufgebaut mit unseren Häusern, haben uns für die Siedlung entschieden. Und das alles haben wir aufgenommen und plötzlich ist das jetzt hier weg oder so. Hier sind auch übelst viele Schafe. Das war hier davor nie so. Also ich bin todesverwirrt. Also wirklich. Habt ihr... Ihr müsst wirklich... Wenn ihr irgendwelche Theorien habt, schreibt das unbedingt in die Kommentare, was hier vor sich geht. Ich meine, ja, wir wollen ein ganz neues Projekt starten, dies, das, Minecraft Matrix, weil wir noch ein paar Mods hinzufügen wollen und dies und das, was den alten Matrix-Filmen gleich gilt und so. Weißt du, die kennt überhaupt? Aber dass sowas passiert, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ey, wie viele Schafe sind denn hier? Jetzt müssen wir so mäßig auf... Jetzt müssen wir einfach wieder komplett von vorne anfangen. Ey, ich hab sowas noch nie erlebt. Und die sagen ja anscheinend, ich hab die Command-Blöcke nicht platziert und so drum und dran. Ja, genau, Digga. So, als ob jetzt Wooly oder Handik nicht gecheatet habe. Ich glaub denen kein Wort. Am Ende stecken die beide noch irgendwie unter einer Decke. Da haben beide da gecheatet oder so. Wo ist Handik jetzt überhaupt hin? Ich glaub, Handling ist jetzt einfach abgehauen. Digga. Ja, ganz toll. Oder, warte mal, also erst zuletzt hier nach hinten. Ich will noch mit dem sprechen, weil ich werde jetzt erstmal offline gehen. Ich muss darüber nachdenken, was hier eigentlich los ist. Ah, hallo? Wir haben uns einfach beide verloren. In welcher Richtung bist du gelaufen gerade? Ich bin in diese Richtung hier. Und zuletzt hab ich gesehen, wie du in die Richtung gegangen bist. Ja, ich bin hier hingegangen, weil ich dachte, du bist hier hingelaufen. Aber also gut, ey, ich wollte sowieso nur mit dir kurz quatschen. Das, äh, ja, ich geh jetzt auf jeden Fall offline. Ich muss erstmal darüber nachdenken, was hier, was hier jetzt eigentlich Sache ist. Und, äh, du guckst am besten nochmal, ob du wirklich keine Backups gemacht hast. Okay. Weil, bro, das kann ja, das kann ja nicht sein. Und, äh, ja, ich kontaktier auf jeden Fall Wuli, deswegen, ähm... Ja, schreib mir dann. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, alles... So, Freunde, deswegen, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und haut die Glocke komplett kaputt, um nichts mehr in Minecraft Matrix zu verpassen. So, ja, ich beden interessiert阶 den Tag wird das. Ich bin jetzt Kanfte. So, ich bin ansiędzy mal nicht. Vielen Dank.